Hallo liebe Zuschauer, riechen Sie das Benzin? Ja, es geht wieder weiter mit dem World Grand Prix. Willkommen im internationalen Terminal. Nicht schon wieder. Zum Glück ist Kai Ebel gut durch die Sicherheitskontrollen gekommen und ist jetzt live in der Boxengasse. Ciao, ciao, die Spannung steigt, denn mit Lightning McQueen ist ein absoluter Favorit hier am Start. Aber es gibt natürlich wirklich harte Konkurrenten. Lewis Hamilton tritt mit einer auffälligen Metalllackierung in Schwarz und Gelb zu Großbritannien beim World Grand Prix an. Komm hier! Lewis! Hey Mann! Sebastian! Hey Lightning! McQueen will sich mit den besten Autos der Welt messen, um zu beweisen, dass er die Nummer 1 ist. Er ist offensichtlich gut genug, um jetzt hier vor mir zu sein, aber ich würde gern mal auf einer echten Rennstrecke sehen, was er so drauf hat. Francesco hat auf dem unbefestigten Abschnitt ordentlich Strecke gelassen. Stoßstange an, Stoßstange, rasen Sie auf die Ziellinie zu! Er schwirbt Trappen! Wer wird der Champion aller Zeiten beim World Grand Prix? Schönen Abend noch und fahren Sie vorsichtig. Ciao, McQueener! Den werde ich morgen sowas von besiegen! WDR 2021